So, was bedeutet das? H-T-L-R oder Schnitzel? H-T-L-R, Schnitzel. Nichts Hitler? Nein. Hat es keine Schwierigkeiten, dass Leute denken, dass H-T-L-R etwas anderes wie Hitler bedeutet? Also es gibt immer welche, die irgendwas anderes behaupten, die sehen ja auch in manchen Zahlen immer irgendwas komisches. Und ich habe ja extra, wie gesagt, schon drunter geschrieben, was es heißen soll. Und wer immer noch was anderes denkt, das ist halt jeden selbst überlassen. Wer ist Adolf? Kann ich an, kann ich oba sein, kann jemand anders sein. Das ist einfach nur ein Name. Kann ich auch wieder ein anderes Name rein. Peidetud sõnumeid leiab siin mitmeid selline teesärk, kus on kirjas 88, viitab kaheksandale tähele tähestikus. Ehk siis H-H või siis Heil Hitler. Nein, das ist einfach nur 88. Wir haben ja auch gesagt, wenn sie jetzt kommen und sagen, sie möchten eine Fötze drin haben oder eine 18 oder eine 17 oder eine 19 oder eine 17 oder eine 90, dann trug man ihnen alles rein. Wir sind hier auf Lager, weil sie die meisten Leute kaufen wollen. Und wenn wir die meisten Leute kaufen wollen, müssen sie selber fragen. Ich weiß nicht, ob sie um die 88 wurden. Das ist ein Jahrgang 88. Das ist ein Jahrgang. Das ist ein Jahrgang. Das ist ein Jahrgang. Bis zum nächsten Mal. No Moving Con. Schön da haben wir ein Jahrgang 89. WD